Zoo-Erkundung einmal anders. Mit Taschenlampen gewappnet starteten bei der Glühwürmchen-Tour des Rostocker Zoos kleine und große Entdecker mit Einbruch der Dunkelheit ins Abenteuer. Vor allem die kleinen Zoo-Besucher standen im Mittelpunkt. Wachsam galt es durch die Anlagen des Zoos zu streifen und die Augen stets wachsam offen zu halten. Viel gab es zu erkunden. Die mutigen Entdecker kämpften sich durch ein riesiges Dahlienlabyrinth, suchten im Südamerika-Haus nach den Glühwürmchen und selbst bei den großen Elchen. Ja, ich fand das mal ganz spannend, dass jemand das auch mal so schön erzählen tut. Also ich finde es gerade für die Kinder, er macht das ja echt toll. Also er erklärt alles toll. Doch super. Nee, ist alles schön. Ja, wir sind, also ich denke meine Kinder sind sehr zufrieden und erwartet hatten wir nur eine Zootour im Halbdunkel oder Dunkeln. Na gut, jetzt wird es ja auch dunkel. Ja, und das ist schön. Sie haben sich manchmal hier in der Rinde festgestellt. Keine Frage blieb unbeantwortet. Und das eine oder andere geheimnisvolle Leuchten ließ sich zwischen den Bäumen oder in einer Hecke auch ausmachen. Es war wie immer ein sehr schönes Publikum, sehr abwechslungsreiches Publikum, auch von der Altersstruktur her. Und das macht es dann in der Tat anspruchsvoll, dass man was für die Erwachsenen, für die Alten in Anführungsstrichen, genauso wie für die ganz Kleinen schafft. Was ein bisschen schade war, war das Wetter. Wir hatten Bombenwetter, wir hatten traumhaften Sonnenschein. Ist für eine Glühwürmchen-Tour mit Tageslicht, ja, schwierig, muss man vorsichtig auszudrücken. Aber jetzt, so wie ich das mitgekriegt habe, waren die Kleinen doch ganz zufrieden. Und sie haben alle auch ein paar Knicklichter gekriegt, also echte Glühwürmchen für die Kleinen. Und von daher, glaube ich, passt das schon ganz gut. Eine ausgefallene Veranstaltung, die vor allem die Augen der Kinder zum Strahlen brachte. Wir haben auch mehr Fans, ihr könnt auch rumlaufen. Ja, ich sehe einen riesen Fettibär.